Willkommen hier bei Profischnack.de in Empfingen im Showroom. Heute wieder ein Schnäppchen für Sie, was ganz Besonderes. Und zwar die Bank Willi Schillig 117,20 Adara aus der neuen Kollektion Will, Roy & Boch. Als Bank mit 220 cm Außenmaß, 190 innen, in Leder Z73, 43 Creme Weiß. Klassisch, kubisch gehalten, passt zu vielen Stilen. Auch als Kontrapunkt zu einem Massivholztisch, aber auch zu Glas oder zu Granit. Das Ding kann man sich zu vielem vorstellen. Sehr dezent auch die Füße in Metallschwarz. Und das Besondere ist hier an der Seite eine lederbezogene Platte mit diesem grafischen Muster. Sehr aufwendig zu machen, sieht auch wirklich toll aus. Sie können auf der Bank toll sitzen, aber Sie können sogar hier locker Ihren Mittagsschlaf machen. Platz hat es hier für 1, 2, 3, 4 und eine halbe Person. 4,5 Personen. Bank Adara 117,20. Das Originalmessestück, das erste Stück, was gezeigt wurde. Zu einem Schnäppchenpreis von Profischnapp.de. 1111 Euro. Und ich sitze hier so gut, ich möchte eigentlich gar nicht mehr aufstehen. Aber auch an diesem warmen Tag muss ich jetzt noch was arbeiten. Dankeschön. Schnappen Sie zu. Ihr Ritz Reinhardt. Und Tschüss. Tschüss. Tschüss.